Ella, Essen ist in 5 Minuten. Alexa, erzähl mir was über Amazon Echo. Ähm, ihr habt mein Video reingestellt. Okay, cool. Dafür will ich mein Schmerz das Geld. Nicht schlecht. Sonst stech ich euch ab, ihr kleinen Pimmel-Berger-Arme nach rein. Cool. Alexa, wie viele Teelöffel sind 10 Teelöffel? Fischido. Alexa, da spiel meine Samstags-Playlist. Kein Perga. 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 Alexa, von wem ist das? Gilette Abdi. Nicht schlecht. Ja, da bist du ja. Danke, Papa! Alexa, setzt bitte das Wok-Gemüse auf die Einkaufsliste. Ich bin Tam Delia am Nachhören. Ich gebe euch richtig böse, ihr Gachpes, ihr Pimmel-Bergers. Alexa, was steht für morgen auf dem Kalender? Ich rasiere mit Shampoo, mit meinem Manager da oben. Alexa, wie wird das Wetter morgen? Mein Shampoo, in den nächsten Tagen werdet ihr das Video sehen, Leute. Bruder, vergiss mich nicht, Steffen Schütt. Pass mal auf, Alexa, erzähl mal einen Witz. K1. Ich rasiere euch alle. Hier ist mein Messer, Bruder. Ich rasiere euch alle mit Shampoo, Amunakoy. Was wollt ihr machen, Amunakoy, ihr scheiß Hamburger? Alexa, Hörbuch aus. Murug. Und jetzt ab ins Bett, kleine Maus. Alexa, Wohnzimmerlicht aus. Ich bin Gillette Abdi.